Wir kommen zu einer neuen Folge Black Mesa. So, hier hat man die netten Herren gehabt. Ja, die wollen nicht, dass wir weiter verzögern, also gehen wir einfach rein. Geht die Tür zu? Tür geht nicht zu? Doch, nein, ich will doch rein! Okay. Alles scheint in Ordnung zu sein. Gut. Okay, Gordon. Deine Stimme sollte dich in Ordnung zu halten. Die Spezimen wird dir in ein paar Momenten gefordert. Jetzt, wenn du so gut bist, dass du hochkommst und die Rotor startest, dann können wir das Antimax-Spektrometer zu 80% bringen und halten ihn dort, bis der Kabel kommt. Jetzt habe ich es an. Und dann hoch und auf diesen Knopf drücken. Rotor Start. Ich sehe die da wieder. Very good. Wir nehmen es von hier. Power to Stage 1 Emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phaser rays. Stage 2 Emitters activating Null. Uh, Gordon, We can not predict how long the system can operate in this level. Nor how long the reading will take. But please work as quickly as you can. Okay, we should do so hard to work. Overhead Capacitors to 105%. Now everything is crazy. Uh, it's probably not a problem. Probably. But I'm showing a small discrepancy in... Well, no. It's well within acceptable bounds again. Sustaining sequence. We've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you at any moment. Look to the delivery system for your specimen. Standard insertion. Get away from the place! Oh my God. Shut it down. Someone get him out of there and shut it down. It's not. It's not shutting down. Move down! Alles geht schön? Alles geht schön? Alles geht schön? Das ist etwas, was schief gelaufen ist. Und verrehen und vorhersehen würde Konsequenzen können. Nicht flessig. Alles kaputt. Hier, warte. Ich weiß, was ihm hilft. Kein Stuhl. Kaffee! Er muss Kaffee trinken. Trink! Trink! Okay, dann nicht. Ja, jetzt hat's Auge für dich. Center, C. Ich weiß, was ich nicht schief. Ich muss mich aufhören. Ich habe nie gedacht, dass ich eine Resonanz-Cascade gesehen hätte, nicht nur eine zu entwickeln. Achso Schrodinger! Er ist ein Lied! Gordon! Danke Gott für diesen Schroding-Hazard-Suit! Alle die Telefonen sind weg. Ich kann nicht jemanden in der Facilität. Wir müssen nach der Flüge kommen und lassen jemanden wissen, dass wir hier verabschieden sind. Es gibt keine Ahnung, was wir hier verabschieden sind. Herr Gott, was haben wir gemacht? Faszinierend! Würdest du das denken? Wir können nicht die Zeit verabschieden. Verabsch mit mir, ich bin der Schrodinger. Ich bin sicher, dass die restlichen Team der Wissenschaften wird dir helfen. Und für Gott sei Dank, behalte diesen Schroding-Hazard-Suit an, bis du in der Flüge bist. Du hörst mich? Was für ein interessantes Unternehmens. Ich wundere, wo der Kopf ist. Du bist schuld. Komm, mach die Tür auf. Kontrolle rum. Achso, der hat schon aufgemacht. Hallo? Komm, wey und weg. Ich bin äfstet. Okay. Er werfen kann. Torch 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 Ah, ist hier nicht normal bei so ner Brechstange. Ich glaub, die sind tot. Ich verwissere mich mal. Ja, das sieht ein bisschen matschig aus da drin, ne? Ja, ich glaub, die sind nicht mehr so gut drauf. Loading. Normalerweise haben wir unten die Brechstange bekommen. Also jetzt bei den normalen Half-Life 1 oder Half-Life Source. Und vielleicht kriegen wir die Brechstange da weiter oben. Da habe ich die Brechstange jetzt wirklich verpasst. Gordon? Gordon! Mann, bin ich glücklich, dass ich dich sehen kann. Was in der Hölle sind diese Dinge, Mann? Und warum haben sie die Science Team Uniforme? Was? Warte! Äh! Ich muss jetzt ehrlich gucken. Ich glaub... Ich hab wirklich die Brechstange hier vergessen, oder? Kann doch nicht sein. Also beim Half-Life 1 habe ich ja so gemacht, dass mein Fenster kaputt schlagen musste. Dann war man quasi gezwungen, die Brechstange mitzunehmen. Kann doch nicht sein, dass das Spiel hier ohne Brechstange weitergeht. Tatsache, hier ist keine Brechstange. Okay, jetzt müsst ihr noch... noch mal Ladezeit ertragen. Sorry, aber ich muss mich irgendwie vergewichtern, dass da wirklich keine Brechstange mitzunehmen war. Das kam mir jetzt ein bisschen komisch war. So. Geh in die Forster. Okay. Bist du tot, oder tust du nicht so? Huch, beide tun wir so. Gut gemacht. Gucken wir es hier. Oh, hallo. Stimmt nicht. Mach den kaputt. Gut gemacht. Oh. Aua. Okay, hier ist nichts. Gut, komm mal mit. Barney. Gute uns. Gute uns. Gute uns. Oh. Oh. Jesus. This place is in bad shape. Oh. 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 sind wir die einfach an aber kann ich das Gas irgendwie ausdrehen alles kaputt Loll ich habe ihn geparten also im Mikro würde er so erstmal HP auffilmen so mach mal solitär energy trink und so dann Papier auffilmen so ich meine oh da war bestimmt eine Tür offen da Munition alle Türen zu Töte ihn Töte ihn Töte ihn Töte ihn Töte ihn Töte ihn Töte huah Töte Töte Wann zunächst? Gut, wir gehen gleich hier weiter. Aber erst in der nächsten Folge. Ich würde sagen, bis dahin. Ja, tschau, ne?